Eine schöne Übung zur Mobilisation der schulterblatt umgebenden Strukturen ist der Wallslide. Du befindest dich in Rückenlage auf der Matte, deine Arme liegen angewinkelt seitlich neben dem Körper. Deine Ellenbogen befinden sich im 90 Grad Winkel und deine Fingerspitzen zeigen kopfwärts. Du darfst deine Beine hüftbreit aufstellen und nun mit einer guten Rumpfspannung deine Arme in Verlängerung des Kopfes nach oben bewegen. Wichtig, nicht ins Hohlkreuz fallen. Verweile hier einen Moment und gehe in die Ausgangstellung zurück. Auch wichtig, führe die Bewegung langsam und bewusst durch. Verstattel von Hohlre adore, aber deine Arme sind in der Mitte. Verstattel von Hohlreduhigh. Verstattel von Hohlredu hoch, die Geofreide verteidigt sich zum Witz und die Abwechslägen. Verstattel von Hohlreduk zum Hohlreduk. Verstattel von Hohlreduk. Deine Heizung- Horror-Beacer. Verstattel von Hohlreduk. Verstattel von Hohlreduk. Verstattel von Hohlreduk. Verstattel von Hohlreduk. Bis zum nächsten Mal.